hallo und willkommen zurück ja hier ist garantiert rauskampf hundertprozentig wir wollen uns noch nicht heilen hier werden wir garantiert irgendwas rufen ok wen haben wir den hier so einer so 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 ich gehe jetzt gerade auf aha du hast doch garantiert noch irgendwelche kräfte ok du kannst du die ganze stürme ah hilfe 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 so so ich will nichts ärger jetzt beim pausenbot haben entspann nicht kumpel hier für dich nimm die schorke nö nö du bist ein Kruppian hier muss ich ja durchdämmsten hier mit wappen scheiße nein aus na ok 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 na kongson Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bist du jetzt hier drinnen? Ja. Okay. Ja, frisst das. Okay, es macht nicht wirklich Schaden. Weg. So nicht, Kumpel. Ey. Da hast du, warte, warte. Check mit dir. Oh, das ist ein Eil. Ah, so nicht, Junge. Nein. Aus. Boah. Ist das überhaupt ein Schaden? Keine Ahnung. Nein. Ja, so ganz minimal. Das war schlecht ausgebieten. Nein. Nein. Fynn. Ja, komm. Man, 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 man. Ey, entspann nicht, Junge. Ich muss ein bisschen Mut aufs Mut sammeln. Oh, 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 oh. Alter. Klappe. Weg. Oh, guck mal zu. Muss ich hier im Blick haben? Nein, 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 nein. Nein, aus. So nicht immer. Nein. Boah, daneben. So nicht. 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 So nach早en. So nach. Ah, lass ich da noch irgendwann aus. Ja, komm schon. Nein. Nein. Aus. Nein. 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 Das ist verdammt. Oh Gott. Oh Gott, ich habe gleich 6 Sekunden. Boah, liegt da dran fest. Oh Gott. Soll ich noch eine Heilplatz erwerben? Na komm, na komm schon. Weg mit dir. Olle Nerfsäge. Jo, dann nehmen wir das mal, wa? Entdecktes Relikt. Ja, das Dorf waren sehr schön. Ähm... Meditieren. So, hast du ein schönes zu sagen. Many rang this bell on a journey of reflection. Hoping to see guidance from our ancestors. As our village struggled, Toshi found few answers here. Okay, jetzt gucken wir uns erstmal einmal... ...was wir hier so schönes haben. Okay. Ist hier noch irgendwas? Kann man das nochmal machen? Nö. Hier passiert nix. Gut. Was steht denn noch auf der Agenda? Hier hinten muss ich hin. Jo, alles klar. Hier ist ein Fähnchen. Äh... Nö. Ist übersichert? Nö. Gut. Hervorragend. Ging schneller als erwartet. Äh... Äh... Warpen? Jo, gehen wir noch hier. Guck dumm. Guck dumm. Gut. Äh... Wir müssen jetzt nach... Links. Nach rechts. Nach rechts. Bin leicht verwirrt. Also einmal so wie immer. Wenn ich das jetzt... Ja... Kann ich das jetzt freischießen? Das habe ich schon geholt. Was habe ich denn da? Hey, bleib stehen. Ja, komm. Boah, das ist ein Luke-Müli heute. Was habe ich? Ich habe ihn noch nicht. Ich habe ihn auch schon. Was sich alle haben. Ja. Dum-dum-dum-dum-dum. Ist auch noch Gegner. Okay. Vergiss sie. Geld. Ist hier glaube ich nichts weiter. Komm ich denn da hin? Guck mal gleich mal. Komm ich da so einfach hin? Hm. Nee. Ist noch gesichert, also komme ich da nicht hin. Okay. Den werden wir erstmal ganz gepflegt weiter gucken. Weg mit euch. Viel Spaß. Weg. Was los? Oha. Du bist aber mit dem Krieger. Oha. Oha. hey na, bist du endlich tot? da war auch noch eine fliege hier, so ein modding, komm schau in your face war bisschen knapp, aber ist okay hier ist erstmal eine kiste base cap jawohl, so was hat jetzt das ding geöffnet mal nochmal gucken, was hat das ding jetzt geöffnet irgendwas hat das doch gemacht eh da ah, da oh, ich komme nicht weg mal gleich nochmal da da jay okay was ist denn hier im häusle drin öffnen dahin, dahin, dahin darf ich raten, ich habe jetzt beide verkehrt rum okay kann ich mit leben eh, ja ja öhö so viel dieses grobte zeug nö den fluch fluch auch eine kleine rasselbande fahrt des jägers Oha. 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 Oha.